Diese Nachricht brachte die Fans des gepflegten Presch-TVs vor wenigen Tagen zum Strahlen, neben Handelsfachpacker Marco und Märchenfreund Mike wird auch Matt Eagle Mario 2018 wieder bei Schwiegertochter gesucht zu sehen sein. Der leidenschaftliche Howard Carpendale-Imitator versuchte bereits 2010 sein Liebesglück und hatte seine zwei Anwärterinnen damals mit einem schmackhaften Matt Eagle bezirzt. Eine, die sich über die fleischige Überraschung freuen durfte, Kandidatin Susanne. Fast die verschmähte Ponyträgerin wurde zu Marios anstehendem Schockenbeck sagt. Ich war überrascht, als ich gehört habe, dass Mario wieder mitmacht. Ich hoffe nur, dass er es ernst meint und wirklich jemanden sucht, und sich diesmal für die Richtige entscheidet. Denn die inneren Werte sind am wichtigsten und nicht das Äußere, verriet sie nun im Interview mit. Ein kleiner Seitenhieb gegen den Hobbysänger, immerhin hatte er damals kurz nach den Dreharbeiten betont, Susanne von von Heeren viel zu dir gefunden zu haben. Ob sie die kommende Staffel verfolgen wird, wisse die Ex-Liebesanwärterin noch nicht, trotzdem wünsche sie dem Fleischfan alles Gute. Insgesamt habe sie die Zeit bei dem Lebensmittelkünstler in guter Erinnerung behalten, nicht zuletzt wegen seiner herzlichen und lustigen Eltern. Ihre große Liebe hat Susanne übrigens fernab ihrer Kuppelshow-Erfahrung gefunden, bereits seit fünf Jahren ist sie glücklich vergeben.